Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Riders Republic. Meine Damen und Herren, wir sind zurück am Berg. Am heutigen Tag allerdings nicht erstmal auf dem Fahrrad, sondern auf dem Snowboard. Lande eine Drehung mit automatischer Landung. Ja, let's go. Hoppa. Oh ja, kleiner Frontflip. Zumindest irgendwie sowas in der Richtung. Jetzt mal einen kleinen. Ja, boah. Switch Backflip. Easy. Kein Problem. Bisschen über die Ramp. Hoppa. Jawoll. Boah, das sieht aber schon ganz geil aus. Zack. So. Kleiner Double Frontflip. Dafür gibt's die Points. Sieht so geil aus, Junge. Ich weiß nicht, wo das ist, aber ich möchte da auch hin. So, nochmal ein kleiner Double Frontflip. Und alle guten Dinge sind drei. Easy. Perfekt. Guter Start in die heutige Folge. Warte mal. Im Assist-Modus manuell hast du volle Kontrolle über deine Drehung. Okay. Lande eine Drehung im manuellen Modus. Okay. Wir müssen jetzt einfach nur drehen. Ach so. Guck mal, weil wir dann jetzt hier so ein bisschen... Ja gut, warte mal. Warte mal. Das kriegen wir hin. So, ich muss doch nur... Zack. Ja, warte mal. Aber du sollst dich doch richtig drehen. Das war eigentlich nicht so geplant. Okay. Hey, ich glaube, ich habe es jetzt gecheckt. Ich darf gar nicht richtig abspringen. Genau, ohne abspringen. Und dann mache ich die... Ah, okay. Das müssen wir doch auch... Guck mal, jetzt machen wir hier einfach... Warm, Junge. 5.500 Punkte. Jetzt mache ich ihm nochmal einen kleinen Jump beim Elefant. Zack. Oh, kleiner Grind. Oh, let's go, Junge. Ich glaube, ich mache aktuell erst mal automatisch, bis ich besser werde. Oh, neue Karriere freigeschaltet. Ski-and-Snow-Tricks. Ja, let's go. Snowpark. Denk dran, um die Sterne abzugreifen, musst du diese großen Tricks auch landen. Also sei ganz du selbst und zeig uns etwas Akrobatik. Na klar. Leute, ihr wisst ja, wie gut ich auf Skiern bin. Natürlich hier nochmal ein Weltklasse-Clip. Die ersten richtigen Versuche. Oh, im Tief schlägt. So, warte mal, Fahrt beginnt. Ja, dann fahren wir auch. Vorsicht, oh Gott. Oh, jetzt, jetzt. Paletto legt los. Paletto mit dem Double Front Flip. Let's go. Easy going. Zack. Und links, Alter. So bin ich auch immer am Start. Geiler Hüftschwung, Alter. So, dich erwische ich da vorne. Dich raue ich vom Fahrrad. Entschuldigung. So, dann gehen wir doch mal rein da. So, Mini-Paluten und Evil. Ihr müsst mich jetzt auch anfeuern. Oh, das ist ein Rennen? What? Warte mal. Muss ich als erster im Ziel? Ne, Punkte. Es geht, ah, es geht wirklich um Punkte. Und let's go. Boom. Okay, war schon mal, war glaube ich nicht so schlecht. Oh ja, komm, 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 komm. Komm, oh, Junge. Wir ballern die, wir ballern die Tricks. Hier nochmal ein bisschen. Ja, guck mal, hier mit ein paar Front Flips. Das muss sein, das muss sein. Hoppa. Ja, okay. Ich sollte vielleicht mal andere Tricks machen, als die ganze Zeit nur Front Flips. Und, oh ja. Oh, der Double Misty. Boom. Kann ich denn auf A und B auch andere Tricks machen? Das weiß ich jetzt nicht so sehr. Ich guck mal jetzt. Ja, wir machen jetzt nochmal einen kleinen Front Flips. Ich drück jetzt einfach mal B. Ne, das ist, oh, das ist, oh. Geht's dir gut? Scheiße. So, warte mal. Da haben wir es ein bisschen verkackt gerade. Aber das machen wir wieder, das machen wir wieder wett. Oh ja, den haben wir gut gestanden. Was, wir haben 92.000 Punkte? Junge, die anderen ballern sich da alle voll. Ich hau mich auch nochmal weg. Glückwunsch. War das jetzt gut? Jawohl. Boom. 92.000. Das war dann doch nochmal ein bisschen knapp. Zack, Alter. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Oh yeah. Dieser Test. Junge, was geht bei ihm? Geil. Du hast ein super cooles Schneemobil von Brett geschenkt bekommen. Geil. Ah, Schneemobil ist die beste Wahl, um die Berge ohne Limits zu erkunden. Da, Spielzeuge. Schneemobil. Jo. Halt's auf. Einfach so ein Schneemobil. So. Hahaha. Ja. Ach, guck mal, da ist irgend so ein Hase. Mach, dass du weg kommst. Stein. Oh nein, 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 nein. Ach. Das war auch wieder wie so ein Nuskner-Gal da. Wenn du da mal richtig landest, also richtig falsch, dann ist aber, äh ... Eine Oktave höher. Gute Arbeit. Ja. Jetzt kannst du freidrehen und dein eigenes Ding machen. Bleib an diesen Events dran und zieh dir auf die Challenges an, die du verpasst hast. Oh ja. Oder noch besser, zieh dich nach weiteren Erkundungsmöglichkeiten um. Alles supergeile Sachen, bei denen du Sterne sammeln und weiter vorankommen kannst, wenn ich das mal so sagen darf. Richtig, die Auswahl ist groß, also halt dich ran. Ja, mach ich. Ich bin, ich bin pumped, Leute. Wenn ihr Bock habt auf mehr, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, ob ich hier ein bisschen weiter zocken soll. Ich würde sagen, es ist mal wieder ein bisschen Zeit für Fahrradsimulator. Radsportrennen, Downhill. Überquere die Ziellinie mit mindestens 120 Stunden. Okay, das klingt ... Das ist gut. Das, finde ich, ist ein super Ding, was wir jetzt bald mal ... Also, was wir jetzt mal machen können. Ja, wir nehmen unser neues. Aber wir hatten ja in der letzten Folge ein neues Fahrrad bekommen. Uh, das war ... Oh, oh. Okay, und let's go. Okay, mal gucken, ob wir hier auch wieder ... Oh Gott, die ziehen direkt schon weg. Die sind, glaube ich, nicht so schlecht. Da bin ich gerade so ein bisschen gegen die anderen gefahren. Boah, ich habe so ein bisschen auch die Steuerung wieder ... Bisschen vergessen. Aber natürlich, vor euch, Leute, der Frontflap und Position 1. So muss das sein. Oh, da bin ich kurz gesprungen. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich musste kurz nochmal lernen. Ach ja, genau. Wir haben ja den Sprint. Auf der anderen Taste, genau, können wir so ein bisschen grinden. Äh, nicht grinden, sondern driften. Oh ja, das sieht aber alles ... Alles noch ganz gut aus, Mapp. Nee, mach doch keinen doppelten. Oh, was machst du da? Was war das denn? Au. Bitte, bitte, steh auf. Und direkt den Turbo zünden. Die anderen sind noch nicht an uns dran. Alter, der hat plötzlich irgendwelche Supertricks gemacht. Oh, scheiße. Oh, oh. Die er eigentlich nicht machen sollte. Nein, da vorne ist der andere. Der ist aber auch gerade gestürzt. Komm, 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 komm. Also, der Jump kommt mir ein bisschen bekannt vor. Aber wir sind das doch nicht richtig gefahren. Und da vorne ist das Ziel. Hä? Es schwingt einfach weiter. Okay, die 120 werden wir da nicht bekommen. Aber egal. Trotzdem, erster. Das war ein bisschen komisch. Oh, neues Rennrad? Neue ... oder nee, neue Ausrüstung. Sag mal, warum sind wir denn jetzt alles Giraffen? Hey, ich hab hier nichts eingestellt. So, ich muss mal an denen so ein bisschen vorbei. Entschuldigung. Yes. Die Ober-Giraffe ist da. Warte mal, wir sollten noch ein Double Frontflip oder so landen. War das nicht irgendwas? Ich seh die Aufgabe leider gerade nicht. Nein. Wir dominieren die anderen aber gerade schon ganz gut, ne? Aber wann kommt hier mal so eine schöne Sprungschanze? Da werde ich dann auch vorher ordentlich sprinten. Ah ja, fünf Sekunden sind wir vor den anderen. Junge. Ich sag's euch. Der Fahrrad-Simulator, der hilft uns jetzt. Ist jetzt der Zeitpunkt? Oh ja, hier ist der Zeitpunkt. Hoch, 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 hoch. Und dann? Jawohl. Und noch einer. Und jetzt Stopp. Jawohl. Großartig. Aber haben wir jetzt dieses eine Bonus-Ziel da geschafft? Ah, nicht auf den Schnee. Was? Kontrollpunkt verpasst? Wieso denn zurückspulen? Nochmal zurückspulen. Hier. Oh nein. Sind die anderen jetzt direkt hinter mir? Ja, ich hab da gerade jemanden hinter uns gehört. Baller durch. Dieser blöde Giraffenkopf, Mann. Na komm. Und ins Ziel. Boom. Let's go. Lande mindestens. Ah, es war ein Backflip. Okay, das muss ich mir das nächste Mal besser durchlesen. Mann. Ich will nicht dieses Kostüm. Ich will das nicht mehr anziehen. Rennrad. Neue Ausrüstung. Geiles Ding. Oh, aus Carbon. Das gönne ich mir mal. Mehrkampf. Mehrere Sportarten. Hol dir im Wintersportteil 7500 Punkte mit einer Trick-Kombo. Aber wie viele Sportarten sind das denn? Das würde mich halt interessieren. Wir werden es einfach mal ausprobieren. Ah, warte mal. Wir haben hier auch noch eine Aufgabe. Oh nein. Was mache ich denn jetzt hier? Hallo, das ist die falsche Richtung. Das ist die falsche Richtung. Ah, warte mal. Wir brauchen nur noch einen Stern. Den würde ich mir gerne bei einer anderen Sache holen. Dann können wir das danach abschließen. Ah, hier. Das ist neu. Oh, krass. Ein 371er. Das ist auch plötzlich blau, das Ding. Okay. Mach ich. Erreiche das Ziel in weniger als 1,41. Oh, das mache ich. Das schaffen wir. 1,41. Merkt euch das. Dann kriegen wir nochmal einen Extrastern. Ah, das sind alles Dinos. Was ist denn das? Wir waren eben Giraffen. Hier sind wir alle Dinos. Okay, warte mal. Ich muss direkt schon. Oh Gott. Yo, Junge. Alles klar. Okay. Überhaupt nicht gefährlich. Vor allen Dingen, wenn man nicht weiß, wo man hin muss. Okay. Jetzt direkt sprinten. Boah, der eine ist hier ordentlich am Start. Komm, das müssen wir als erster ballern. Wo geht's längs? Wo geht's längs? Alter. Hier, dass du dir nicht so viele Fehler erlauben. Ah, okay. Sauberes Dino. Oh Gott, das war nix. Junge, das war richtig knapp. Da hätte ich mich beinahe schon verabschiedet. So wieder sprinten. Genau, du kleiner süßer Dino. Klaue der Prüte. Ja, gute Landor. Das war ein Nutcracker, Alter. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen Sekunden. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Machen wir mal einen kleinen Backflip. Backflip. Sah auch gut aus. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Steh auf. Wir sind nicht hingefallen. Wir sind nicht hingefallen. Alles gut. Nein. 1, 41. Wir haben noch 11 Sekunden Zeit. Fahr, 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 fahr. Bitte lass da. Da unten muss doch jetzt das Ziel sein. Da unten ist auch das Ziel. 38, 40, 41. Nein, das war so knapp. Boah, da musst du echt flawless fahren. Aber wir haben den letzten Stern, Riders Ridge, freigeschaltet. Jetzt kann ich erst mit meinen Freunden spielen. Ich habe mir recht gefreut. Das Problem, wir wollten früher ja immer Steep-Mare-Multiplayer spielen. Hatten das auch eine Zeit lang gemacht. Dann hat es allerdings nicht mit dem Internet funktioniert. Was geht jetzt ab? Was ist jetzt hier plötzlich? Warum ist jetzt plötzlich hier eine Zwischensequenz? Boah, dieser Massenstart sieht so geil aus. Junge, darauf habe ich mega Bock. Okay, Leute, das war es mit einer weiteren Runde von Riders Republic. Wenn ihr Bock habt auf mehr, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich bin gespannt, was alles demnächst so am Start ist. Die Karte verspricht auf jeden Fall einiges. Leute, danke fürs Zusehen. Was? Massenstartrennen für 5 Minuten aktiv? Alter. So, Leute, das war es jetzt mit der heutigen Folge. Hier ist jetzt noch der Team Palutenkanal. Weitere Videos. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.